Ja, und schon sind wir wieder zurück zum Euro Truck Simulator 2 mit mir, Ben Hoshi. Ja, wieder auf dem Weg nach Deutschland, beziehungsweise in die Niederlande. Jolt, da ist alles frei, aber ich muss vorher noch irgendwie... Öff, verflucht, das war ja wieder so. Ja, ich muss vorher irgendwie noch versuchen, hier irgendwie einen Schlafplatz zu kriegen. Aber ich schätze mal, das wird wohl jetzt nichts mehr werden. Obwohl, was ist denn da vorne? Nee, ist nichts. Ja, was kommt da? Jawohl, da kommt ein Bett. Ach, Mensch, was macht die denn hier? Ach, Gott sei Dank. Einfach jetzt hinlegen, pennen, fertig ist. Zack, und pennen. Ich hoffe nur, ich komme jetzt nicht zu spät. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber noch bin ich guter Dinger. Mal gucken, ob ich es jetzt hier auf Anhieb finde. Nächste Pause in 10 Stunden, verbleibende Zeit. Noch 28 Stunden spricht. Montag, 5.55 Uhr. Wir haben es jetzt Sonntag. Naja, doch, müsste eigentlich passen. Ah, 700 Kilometer. Davon ist wieder eine mächtige Strecke. Alleine ja schon wieder die Fähre. Fernlicht wieder anmachen, damit man hier wieder ein bisschen besser sieht. Vamos kann doch gar nichts auch wieder nehmen. Also wird es wieder felony muss. So, jetzt albumet wird es sehr gut. Oh, mein Herr. ich kann nicht mehr ausmachen sonst fangen die dann zum morgen zu motzen und zu meckern man merkt also es geht hier leicht bergauf die geschwindigkeit hier die nimmt wirklich nicht gerade so zu langsam man leute wie nicht ewig an euch kleben jetzt kommen wir noch ein bisschen auf geschwindigkeit hier muss ich bloß wieder runter gehen nach vorne in der kurve das ist natürlich der nachteil an den landstraßen halt diese ewigen kurvenfahrten wenn vorher meiner ist wie gesagt mit fernlicht ist schlecht aber das ist mir jetzt auch egal mein sprit reicht noch was ist denn hier los auf einmal in der nacht so so Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Mann, da haben wir noch eine ganze Ecke vor uns. Dann müssen wir erstmal durchs Haushemden durch. Also das ist noch eine Strecke. Tja, da habe ich auch bei mir einen Firmenwagen. Ich glaube, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Die neuen Firmenwagen, die jetzt bei uns mittlerweile alle angekommen sind, haben alle Navi drin. Ist auch Gott sei Dank wunderbar. Spart einem jede Menge Nachdenken. So, das sind alles TomTom-Geräte. Eigentlich habe ich dagegen nichts auszusetzen. So, das Lustige ist nur, dass die Dinger vom Empfang her so verhältnismäßig schlecht sind oder so schlecht verbaut sind in den Autos. Also es sind Opel, Opel Muvanos. Ja, da ist, äh, da ist das Navi gleich über dem Rückspiegel fest installiert an so einem kleinen Monitor. Und, äh, es ist wirklich, äh, die Dinger, die kann man, ja, in die Tonne treten. Wie gesagt, der Empfang, oder wie gesagt, der Empfang ist einfach nur so dermaßen mies. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte es neulich erst wieder gehabt. Ich wusste absolut nicht, wo ich bin. Das Navi hat mich durch eine Ecke geführt. Und, äh, ich wollte eigentlich nur hier in Berlin von Zehlendorf zum Hohenzollern da. So, äh, da kenne ich mich eigentlich sehr gut aus. So, das Navi hat mich, was weiß ich nicht wie, geführt durch irgendwelche kleinen Mini-Seitenstraßen. Wo ich mir dachte, ey, ich muss doch bloß auf die Klärlien dann immer gerade raus. Dann bin ich doch schon fast da. Aber das Navi, nein, schön durch die kleinen Seitenstraßen. Also, das ist ja, pfff. Ich weiß nicht, ich hab, ich hab dann auch mal umgestellt. Also, ich hatte umgestellt von, oder eingestellt war es, war es auf schnellste Router. Und ich hab's dann mal auf kürzeste eingestellt. Genau dasselbe Spielchen. Also, ooooh. Dann hab ich dann mal, äh, auch irgendwo am, wo war, wo waren wir denn da? Ja, ich weiß nicht, irgendwo am Arsch der Welt jedenfalls. Auch Navi angemacht, weil ich, äh, mir nicht sicher war, wie der Weg war, weil ich erst einmal dann an unserer Stelle da gewesen bin. Ja, da, äh, sagt mir das Navi, äh, auf einmal, ja, biegen sie jetzt rechts ab. So, ja, da war ich aber schon über die Kreuzung drüber. Äh. Und das ganze Spielchen hat das Ding ein paar Mal mit mir abgezogen. Ey, ich hab da, äh, Kreise gezogen, ja, also ich bin da nur am Wenden gewesen. Mein Kollege, der neben mir saß, der meint auch so, sag mal, äh, was machst denn du hier? Sag ich so, na, du hörst doch das Navi. Ja, ja, dann bieg du einfach den ab. Sag ich so, ja, wenn das Ding mir erst 10 Meter, nachdem ich über die Kreuzung oder die Einbindung hinweggefahren bin, sagt, ich soll jetzt abbiegen. Und weil ich kann während der Fahrt nicht andauernd, äh, über den Rückspiegel gucken, das geht nicht. Sag ich, sag ich, ich muss mich auch mal auf die Straße konzentrieren, also, nee, also, das ist wirklich, also die Navis, die sind wirklich scheiße. Sag ich, sag ich, ich hab mir schon oft überlegt, weil ich hab ja nun mal zwei Falk-Navi-Geräte und wie gesagt, die sind wirklich sehr, sehr gut. Das eine ist halt schon sehr alt, hat noch Kartenmaterial von 2012, glaube ja, und das andere ist halt nagelneu. Wo will ich denn hin? Äh, äh, hallo? Irgendwas ist jetzt hier verkehrt. Jetzt muss ich hier wieder wenden, ist da zum Heulen. Das ist natürlich sehr ungünstig hier. So, hier wieder runter, alles klar, hier bin ich auch aufgekommen. Ah, ich hätte hier gerade ausweiterfahren müssen, okay. Ja, besser. Sehr viel besser. Ich hätte auch einfach nur gerade ausfahren. Äh, egal, nee, nee, so wäre ich falsche Richtung gefahren. Nee, also wie gesagt, also, ich kenne auch schon, äh, äh, also, veraltete TomTom-Geräte und die hatten wirklich also eine sehr, sehr gute Navigation eigentlich drin. Aber was das Ding abgezogen hat, also, nee, danke. Er hatte selbst VW in ihren, äh, in ihren Autos, diese eingebauten. Denn ich hatte ja damals in der Firma, in der Firma hatte ich ja eine T5-Pritsche. Und das Navi, das war richtig genial. Zumal, das hat sich auch über Datenfunk, hat sich das Ding andauernd aktualisiert, wenn Baustellen waren. Und das macht natürlich das TomTom nicht. So, das ist natürlich ärgerlich. Aber ja, das ist Opel, ne, das ist, ähm... Aber ich will nicht meckern, die Autos haben Wesensklimaanlage, das ist sehr, sehr angenehm. Da frage ich mich bloß, warum mein Chef noch nicht auf die Idee gekommen ist, um da mal zu sagen. Aber naja, ist, äh, anderes Thema. Naja, gut, aber das ist es auch schon wieder für heute gewesen. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen. Vergesst nicht, Däumchen nach oben da zu lassen und meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Und ja, ich wünsche euch ja noch was. Euer Ben Hoshi.